Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Divine Journey, zusammen mit dem lieben Lemonfreak, der die ganze Zeit schon hin und her wurstelt. Hallo. Und der lieben Blue Jenny. Hallöchen, hallo und natürlich mit dem lieben Sir Lance. Hallöchen. So. Ja, dann gib mir das Zeug jetzt. Jenny wird sich auf die Suche nach Slime Balls machen. Richtig. Und dazu schmeiße ich erstmal einiges, was ich jetzt gerade nicht bräuchte. Wieder weg. Das bräuchte ich kurz. Das und das bräuchte ich nicht. Also Mike, du könntest dich sonst auch einfach mal auf die Suche nach Dungeon begeben. Stimmt. Also ein bisschen erkunden wieder. Da. Da, okay. Ich wäre so weit und würde jetzt rüber gehen. Also wünsche mir Glück. Oder was auch immer. Das hast du schon lange verloren. Glück. Ja. Mike. Ja. Nehm mal bitte den in der Hand und mach mal so lange rechtzig, bis du kurz vorm Tod bist. Also der zieht auch immer ein Leben ab. Danke. Weil ich nicht weiß, wie viel Blut man dafür braucht. Und ich will nicht unbedingt Jenys Blut nehmen. 6.000 braucht man dafür. Willst du mich feiern? Nur fair. Nur fair. Gut. Jenny? Ja, bin da. Das Problem wird nicht die Dings zusammenkriegen sein. Sondern? Äh, die Lebenspunkte. Das heißt, wir bräuchten einen größeren Crop. Äh, Orb. Nein. Das Netzwerk an sich hat ja unendlich Speicher. Glaube ich zumindest. Nein, hat nur 5.000 maximal. Das heißt, wir brauchen den größeren Orb. Das wird, ja gut. 25.000 leben. Mit einem Diamant da drin. Ups. Gut. Das kann ein Augenblick dauern. Muss auch das ganze Zeug von drüben hin noch. Was für ein ganzes Zeug? Äh, ein Broken Spawner. Stell einfach Kisten auf. Das macht jeder so. Dass sich die zwei Folgen, die ich sortiert habe, echt gut gelohnt haben. So, jetzt bin ich nicht mehr eingefroren. So, da vorne sind die Slimes. Hast du ein Safari nicht oder so? Ja, wobei. Alles gut, ich bin gerade bei den Slimes. Ich habe schon 12. Wie viel bräuchten wir? Ähm, mehr. 24, 30. Ja, wir brauchen halt 6 Stück pro Maschine, die wir bauen. Okay. Hast du 12 mit den 9 oder ohne? Äh, mit den 9. Alles zusammen. Alles zusammen, was ich bis jetzt hatte. Ähm. Ja, mach mal so, dass du 24 mindestens hast. Gut. Das heißt, plus 10. Oh, verdammt, ich muss weg hier. Danke. Äh, was wollte ich jetzt machen? Ach, da ist es. Ähm. Da ist es. Ich wollte irgendwas machen. Aber erst mal gehe ich schlafen. Ja, wie geht du? Weil das ein bisschen sehr nervt. Aber was wollte ich jetzt machen? Oh Gott. Nachher den letzten Quatsch zusammensammeln. Lavaeimer und zwei Kohle noch. Zwei Kohle. Tja, mit dir mein, den wir rasten. Äh. Da ist noch ein Slime. Zwei Eimer. Lass was droppen. Eins droppen lassen. 15. Hat einer von euch zwischendurch mal, äh, einen Dschungel gefunden? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Dann drücken sie J und gucken nach. Könnte helfen. Ich bin in eine ganz andere Dimension. Ach so, okay. Ach, hab hier ganz schön viele Bäume, aber es ist halt kein Tichter-Dschungel. Ja, ich brauche einfach nur einen einzigen Dschungelbaum. Wow, was ist denn hier los? Ist ja Putty. Äh. Greatwood-Lock oder was? Äh, Dschungel. Dschungel. Wirklich Dschungel. Dschungel-Suppling. Äh, hier ist noch so ein fetter Baum. Ja, aber auch Greatwood. Ja, gut, wenn das so ein einzelner Baum ist, dann ist das kein Dschungel. Dann sind das mal nur Greatwood-Bäume. Hier ist ein Vulkan. Der Baum breitend. Cool. Aber die Greatwood-Dinger, die kannst du dir gerne markieren. Die werden wir später noch gebrauchen. Ähm. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch Lillipad und das andere Ding. Habt ihr einen Sumpf irgendwo? Ja, Sumpf weiß ich, wo es ist. Weißt du, in welche Richtung ungefähr? Äh. Von meiner Farm aus, wenn du zum Hinterausgang läufst, ist es nach hinten links in der Richtung. Also diagonal nach, äh, links oben. Links oben? Vom Hinterausgang meiner Farm. Ja. Also du meinst auf einem Minimap links oben, oder was? Ich komme kurz zurück. Ich bin jetzt gerade am Poltar und da kann ich... Du weißt schon. Ja, weil links oben kann entweder... Also ist entweder eine total bescheuerte Richtungsangabe, weil du meinst von deinem Haus nach links und nach hoch, was aber dämlich wäre. Oder du meinst auf einem Minimap links und oben. Das heißt Nordwesten. Nordwesten. So, du hast jetzt gesucht einen Sumpf. Ja, oder einen Dschungel. Ist das ein Dschungel? Ich glaube nicht. Wo ist denn der Sumpf? Der Sumpf ist von deiner Position aus... Äh, nach Westen. Okay. Ist ja nicht so, als ob das dann bei jeder Position bei uns da im Westen dann geht, aber okay. Äh, ich bin dämlich übrigens. Kein Kommentar. Weißt du warum? Na? Du musst mal Hafer... Und übrigens hier ist direkt ein Dschungel. Erstens das. Und zweitens, ich habe Jock gedrückt, wenn wir weiter in der Richtung fliegen, haben wir ein... Nein! Uh! Ja? Haben wir eine Schleim-Insel oben. Ja, das spawnt aber nicht mehr, das weißt du, oder? Ich habe hier ein Dschungel in der Sumpf. Ah, wir haben das Slime... Na, Bäume. Da können wir doch die Blöcke verwenden, um Slime daraus zu machen. Spawnen da Slime-Blöcke? Slime... Äh, nicht Blöcke, sondern Slime... Ja, also Slime-Bäume. Bäume, ja. Okay. Ah, Junglewood, hier. Ja, habe ich auch schon, Mike. Ach. Also. Äh, mir fehlt jetzt noch so ein Lillipad. Ah, stimmt, da sind Bäume. Ja, ich brauche... Hast du eine Schaufel oder so dabei? Was willst du mit einer Schaufel? Diese pinken Purple Slimes abbauen. Das geht mit... Ah, kannst du mit der Hand. Ja. Mit der Hand genauso schnell. Wenn jetzt sogar noch schneller. Wow. Oh, da sind Slimes gespawnt. Yay. Na, irgendwo ein Zapling fallen gelassen? Amarantholz. Sieht auch witzig aus. Ne. Schade, ich habe keinen Zapling bekommen. Äh, wir haben hier noch zwei Bäume. Können wir auch so mal versuchen. Naja. Ja, ein Zapling habe ich. Zwei. Sehr gut. Wir haben hier noch in der Mitte noch eins. Da können wir vielleicht nochmal versuchen, eins zu bekommen. Drei Zaplinge. Vier Zaplinge. Ich baue die ganze Lieder. Ja, hier ist noch einer. Ich weiß gar nicht, ob das Purple Slime was bringt. Auf jeden Fall müssen wir irgendwo Purple Slime abgeben, das weiß ich. Und da spawnen schon die anderen zwei Slime. Ich nehme die, pass mal auf. Zeigen ihr. Wir sind auf einer Insel. Über dir. Er hat schon mal fallen gelassen, Slime. Ich habe nur noch 37%. Das hättest du dir vielleicht vorher überlegen sollen. Und ihr seid wieder so still. Ja, weil ich mich gerade konzentriere, nicht weggeschleppt zu werden. Weil nämlich das Ding dich wegdrückt. Und das Gute ist, da spawnen immer wieder Slimes drauf. Uh, jetzt habe ich nochmal zwei. Wie viele hast du? Wie viele Slime Balls? Zwei. Ich habe 24. Hey Mike, wo hast du fünf Slime Ball her? Hab ich gerade hier abgebaut. Meinst du dieses Liederne Zeug? Ja. Wir meinen wirklich Slime Balls. Ich habe 24, genau. Nicht dieses Kongreed Slime-Kdöns. Ja, wir können wieder zurück machen. Gar nicht. Dann will ich jetzt nicht mehr. Aber nicht wegschmeißen. Das brauchen wir anscheinend für irgendeine Quest. Ja. Da stand irgendwas, dass wir 171 oder 100, weißt was ich da, für Blöcke abgeben müssen. Slime-Blöcke picke. Ja, aber hat doch nichts falsch gemacht. Nee, nee. Nee, haben wir ja auch abgebaut. Okay, gut. Dann auf geht's. Okay. Also 24 habe ich genau. Das heißt, das ist perfekt eigentlich. Ja, dann kannst du noch wieder Maschinen-Frames bauen. Also diese Factory-Blöcke blauen. Blauen? Ja, warte mal. Ich gebe dir das Zeug mal mit. Dann kannst du auch die Slime-Dinge einfach bei uns anpflanzen. Jo. Äh, geht das auf ganz normalen? Ja. Gut. Danke. Oh. Ähm. So. Sehr gut. Jetzt brauche ich nur immer noch einen Dschungel. Äh, einen Sumpf. Äh, warte mal. Du gehst da hin. Dann stopp. Bleib, stopp, 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 stopp. Bleib stehen. Ich seh dich nicht mehr. Wo warst du jetzt? Ich bin jetzt nach Westen weitergeflogen. Ach, da bist du. Weiter. Ja, das ist richtig. Okay. Westen ist Westen. Egal, von welcher Richtung aus du startest. Ja, hast recht. Ich höre da noch einen Slime-Ball rumhüpfen. Kann sein, dass ein kleiner irgendwo ist. Da ist er. Ich seh ihn. Schade, der hat nichts fallen gelassen. Ah, doch, der hat er. Guck mal, da ist noch ein Slime-Ball. Zack. Ich will das beste Jetpack haben. Weil es schneller geht dann? Ja. Brauchen wir zufällig noch Sky-Stone? Aktuell nicht, dass ich wüsste. Okay. Mops-Geschwindigkeit. Yeah. Mops-Geschwindigkeit, in Ernst? Kennst du das nicht? Mops-Geschwindigkeit? Ja. Träumschiff-Surprise? Ja, deswegen meinte ich ja dein Ernst. Ach so. Jenny, wie weit ist denn der Zoom-4 weg? In der Richtung, wo ich dir kurz gesagt habe, ungefähr das doppelte Länge bist nach Hause. Noch ein Stückchen. Dann hätte ich den schon lange sehen müssen. Echt? Ja. Aber da hast du es gefunden. Außer du hast wieder deine genialen... ...Angaben. Das ist wirklich... Das ist dunkle Punkten mit ganz vielen Sümpfen. Äh, ganz viele Flecken drüber rum. Das ist ja Sumpf. Ja, dann gib mir mal die genauen Koordinaten. Kann ich da einen Wegpunkt machen? Du kannst auch einfach eine Karte ablesen. Hm. Weil ich will ungern jetzt noch unnötig zwei, drei Folgen hier durch die Gegend fliegen. Was ist das denn? Was denn, Mike? Ein Wader. Okay. Bei mir baut sich das gerade nicht auf in der Map. Aber ungefähr bei minus 1650 und minus 300 ungefähr. Ich gebe dir mal einen Tipp, das ist das Nordwesten. Aber ich habe ein Dorf gefunden. Ein großes Dorf ist so ein kleines Dorf. Relativ groß, zwei Kirchen. Uh, dann gehen wir plündern. Nö. So, dann werde ich erst mal diese Maschinen-Casing-Frame da noch verbrauchen. Und übrigens, dein Haus ist auf Höhe... Ja gut, 133. Ich bin ein bisschen abgedriftet. Äh, okay. Aber wir sind jetzt gleich bei 15 Minuten. Müsst. Weil ich erkunde hier nämlich gerade ein neues Gebiet. Deswegen leckt das bei euch wahrscheinlich auch. Äh, bei mir leckt es gerade nicht. Noch nicht. Da ist noch ein Dorf. Factory Machine Block wollte ich hier bauen. Ja. Richtig? Oh. Cool, im Nachhinein wird die Mauer nachgeneriert. Das ist ein verdammt großes Dorf hier. Guck mal kurz in die Schmiede rein, ob da vielleicht was ist, was wir brauchen. Also. Elektrical Steel. Ähm. Formium, Electrical... Äh, brauchen wir nicht. Kann ich liegen lassen. Weißes Glas. Wie hast du das weiße Glas gemacht? Äh... Keramik. Müsste noch in der Crafting-Kiste liegen. Ach, der Keramik. Okay. Und dann kannst du die Glasscheiben, acht Stück damit zusammen craften. Und übrigens, du siehst auch das Biom da drüber. Nur so in dem... Nee, gar nicht mal. Ach, siehst du nur dein aktuelles Biom. Mhm. 1.600 und 300? Circa, weil wird es nicht mehr angezeigt. Warte, wo bin ich denn hier? Wow. Das ist einfach nur ein Fluss. Das hat nichts mit dem Sumpfbiom zu tun. Aber meinetwegen können wir jetzt erstmal eben einen Cut machen. Okay. Dann komm ich gleich zurück. Du bist dran, tschuldigung. Oder ich? Mach du einfach. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Cheerio. Ciao, ciao. 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 Ciao.